Da habe ich eine Handvoll und das sind so die wichtigsten Leute, die mich gerade auf meinem Weg begleiten. Man kann denen immer Sachen vorspielen, weil das sind alles die ehrlichen Meinungen, die du als Musiker auch brauchst, wenn du irgendwie auf der Bühne stehen willst und wissen willst, wer zu dir gehört und wer nicht.